und willkommen zurück zu astrobot bei euren keksgamer ja ich hoffe ihr freut euch wieder ein neues neues level welt 1 und was haben wir schon haben wir schon und welt 1 level 3 höllische höhlen mit der massa ab in die reise und ab in der welt ja bis gleich genau ich hoffe euch haben die ersten zwei welten schon gefallen wer ja und ich hoffe ich bin gespannt wie es weitergeht hallo ist ja schon künstler oh komm jo einen haben wir schon mal ich kann ja nicht ein laufender schwimmen im wasser weiß ich jetzt nicht genau das weiß ich noch ist schon echt verdammt cool gemacht komm her ja Ich hoffe man versteht mich auch sehr gut. So und dann machen wir mal hüp 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 oh nein Okay so was haben wir schon mal, jetzt sind wir hier rüber, wow und dann gehen wir mal hin, dann gehen wir mal hin, dann gehen wir mal hin, dann ok wow was war das wow 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 und wieder zurück guck mal der hängt da aber hier irgendwo ist wieder einer da oben ist er ups neuer versuch jippie da unten muss irgendwas sein wow wow Oh, oh, oh lauf, 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 lauf. Et hat schon Amaus. Okay. Whoa, whoa! Lauf, 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 lauf! Lass uns doch nochmal treffen lassen. Wow. Ne, meine Scheibe ist kaputt. Alles klar Gehen zu schnell für mich Wow Wir haben das Ding verpasst Was Ah Ich glaube wir haben aber was verpasst Ja Okay die haben wir schonmal alle Neu Puff Achso Ja Das Ding haben wir vergessen Entschuldigung Ich würde sagen Den holen wir jetzt auch nochmal Ja Bis gleich Jetzt müssen wir nochmal genau gucken wo der ist Ja 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 Oh, 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 oh. Ich seh den noch nicht. Hier? Ich fahre ich da oben. Da! Okay, der macht Geräusche, wenn man ihn in der Nähe ist. Ich bin der Mann. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sieht so lustig aus hier drin. Okay. Aus! Nein! Ups, Entschuldigung. Hey! Aus! Na, na, aus! Entschuldigung, das ist mein Hund. Hey! Kau! Hey! 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 Ah, jetzt ist mir Werder. Das musste ich mal wieder ein Mikrofon wieder anmachen. Ähm, ich hoffe, nein. Sie nimmt vieles im Mund. Ey, runter, ab. Hey. Hey, runter. Tut mir leid, wegen der Störung. Jetzt machen wir mal Feuer frei. Das Problem bei dem Mund ist halt noch klein und so und knabbert alles dran. Achso, Level, Schwindigkeit, okay. Gut. Rennen. Fertig. Anfangen. Los. 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 oh nein ok noch einen zweiten fluss doch nein schon gar nicht so leicht oh nein wir fahren vor dem ziel na gut wir haben schon rausgefunden wie es geht los nein nein jetzt aber bitte das ist voll schwer da kommt ich versuche das nächste mal wettwähler fortsetzen neustadt hauptmenü wettwähler ja ok dann würde ich jetzt sagen wir hören uns in den nächsten level wieder das wäre dann jetzt das aber am seite den fadern wird das nächste level ich hoffe ihr freut euch bis dahin bis das nächste mal euer keksgamer tschüss